Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... Kranercraft 2 Mit der Weile für heute wieder in Alana, wuff, 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 ish ish Hallo Ehrlich Und ich bin auf der Suche nach Rettich Hochgeschwindigkeit Seit einer halben Stunde ist er auf der Suche nach Rettich Ja, ja, ja Na ja Na ja Rettich auf dem Meer Oder auf Bäumen oder im Winterbjom Ja Also ich weiß schon mal, dass Avocados am Bäumen leben Auch mal interessant Okay Äh, ich muss nach Norden Warum ich jetzt speziell nach Norden fahre, keiner fragt mich bitte nicht Wer fährt nach Norden? Ich fahre nach Norden Oh, ist das neu? Er kommt da außen Also was erwartet die Anderes Ja, genau Und ich suche im Norden nach einer Wüste So, was haben wir hier? Erdbeeren, was ist das? Das ist egal Das ist ein Baum gewesen Also anscheinend bin ich jetzt so ein halb Biom Hm, was haben wir da unten? Was war da unten? Da sind wir dabei Das ist prima Das ist, äh, ein normales Biom Warte, das ist das Manitou Was haben wir da? Was haben wir da? Das müssten Tomaten sein, ne? Ja, Tomaten Ich bin gerade aus Aber ich fahre von hier weg Weg Jetzt hier eine Hochgeschwindigkeit Ja, sie ist falsch Schwarz-Eichenwald bin ich gerade Also Mais habe ich schon mal Ah, das war neu Was ist das? Monza Plane Okay, was ist das hier? Elektrische Weiche reinsetzt Firefly Plant Okay War eine falsche Weiche? Also ich glaube, ich müsste in der Wüste was finden Aber ich fahre deswegen ja auch nach Norden Was ist das? Hitterpferd Hittergarten Achso, ne Was ist das für Bohnen gewesen? Bohnen Nee, ich brauch nicht 16 Weiche Nein, Weiche Nein, 16 Also die Weiche ist schon gestellt für dich Ja, ja, schon mitbekommen Ich brauch leider noch ein paar Minütchen Blasphemie Achso, der Draucher Der Wasserdraucher schießt auf mich Nein, bitte ich schießt Ja, ja, klar Haben wir eigentlich jetzt schon Mars Band? Nein, wir haben kein Mars Band Super Aber wie soll ich das dann ausmessen? Ja, aber dann brauchen wir es einfach mal mit 21 Hm, ist das schon zu? Mal raus Irgendwie fehl, oder? Nein Warum? Bruder, das sieht gut aus Da ist er! Ich hab ihn! Ich muss erstmal ausrechnen, wie viel ich da brauch Oh, der braucht mich jetzt Warte, der braucht eine Weile, bis er sich wieder einzieht Der ist 64 Blöcke lang, der ist irgendwo da drüben rausgeragt Der dürfte eigentlich schon fertig sein, was ist denn mit dem? Ah, jetzt kommt er Ja Er sagt doch 64 Blöcke sind weit Und eben, wo kommt der auch mal wieder zurück? Sag mal, ich glaube, ich muss sie kaputt machen Gehen Rette ich! Juhu! Wo war er? Er war in... Äh, was ist denn das? Wo sieht man das? Welches Biom das ist? Drei Da steht das dann dran Sieht er sich immer? Ihr habt jetzt Zeit, kurz Pause zu drücken Und jetzt mal zu lesen, wo das ist Ich sehe es nämlich jetzt auf die ganz, ganz schnelle nicht Was hältst du von meinen... Extreme Hills Das Dach Super Extreme Hills, das ist ja super Gibt's ja nicht mehr Das nehmen wir das... Äh, das haben wir schon Extreme Hills, was haben wir hier noch? Ich möchte zu viel mitnehmen hier So, jetzt aber wieder nach Hause Oh, hier sind sogar... Karibus, oder was bist du? Kannst du einfach mal stehen bleiben? Cross Kannst du einfach mal stehen bleiben, bitte Carso Ach, Chip Also hier ist es auch hübsch Heiß, ich... Dieses Biom ist schön Gut, dann war ich da unten hauen, weil ich will, dann komme ich da wieder zurück Was lustig ist, unser Haus ist sogar fast in der Nähe Boah, wie wichtig war ich? Äh, 1,6 Kilometer 1,5 Kilometer Okay, gut Der sogenannte Strassenbaumweiche Strassenbaumweiche Ja Gehst du auch immer durch die Stadt und siehst so eine Eische? Hast du vergessen, Timer zu stellen? Nein Was hat er denn jetzt schon wieder? Auch da heimlich? Das kann kurz sein Echt? Er raucht? Ah Aber vielleicht heimlich, irgendwer weiß was Aus den Ohren vermute ich ja eher, ne, aber Ey, gestern ist er nach Hause gekommen Der ist einfach nur grantig Ach so Ey, wer mag's schon? Deutsche Autobahn? Wer mag österreichische Autobahn? Er war ohne mich weg Ich war eine Woche alleine Eine Woche? Ja, eine Woche Das erklär mal jetzt Ja, ich war eine Woche alleine in Deutschland Oh, nein Ich hab mich alleine zu Hause gelassen Während ich arbeiten musste Oh, aber du hast es ja überlebt, ne? Es geht's mit ein paar Mit ein paar seelischen Misshandlungen gefühlte Oh Die du dir selber zugebracht hast So, Rainer mit dir So, durch Lasst mich durch Ich will in die Küche Mir will in die Küche In die Biohazard Der ist schon drin So, jetzt machen wir erstmal ein Rettichsamen Wo ist mein Polygonstaub? So, probier' wir's mal Nein, 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 der muss noch halbiert werden Was ist das denn? Ich? Oder wer doch? Nein, bitte Warte mal kurz Warte mal kurz So, rein Joshi Ich hab das jetzt genau gesehen Du stehst immer noch neben mir Mach rein Guck in die Maschine Joshi, ärgern dich Nicht so kurz vor Ende der Aufnahme Doch, er hat's ja verdient Dass er sein Rettich gefunden hat Richtig Und ich hab sogar rote Beete Und Rüben Und Chili Pfeffer Und Kohl Ja, mal gucken, ob das jetzt geht Die ganze Erde hier unten So Ja, sie geht Nur nicht die vier, was kaputt sind Die gehen nicht Und in der nächsten Folge Mach ich Maggi Muss ja erstmal meinen Steak Malagaskar machen Ja, genau Du hast es immer noch nicht in den Chat geschrieben Hast du es? Hast du es nicht Gut, wir sehen uns dann Bis zur nächsten Folge Ciao 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 Oh.